Du bist sportbegeistert, teamfähig und möchtest gerne dein Hobby zum Beruf machen? Dann starte jetzt mit ExoFit in deine berufliche Zukunft. Bei uns erlernst du das Handwerk eines echten Personal Trainers und das mit den modernsten und effektivsten Fitnessgeräten. Du erarbeitest erfolgsversprechende Ernährungskonzepte für deine Kunden und führst sie somit zu ihren Zielen. Wir bilden dich in einem dualen Sportstudium zum Bachelor aus, wahlweise in den Bereichen Fitnessökonomie, Sportökonomie oder Fitnesstraining. In der praxisorientierten Ausbildung erlernst du alles Nötige, damit deiner erfolgreichen Karriere in der Fitnessbranche nichts mehr im Wege steht. Wenn du die Fähigkeit besitzt, Menschen zu motivieren und dich durch selbstständiges Arbeiten auszeichnest, freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung. ExoFit durch Innovation zum Erfolg. Von Experten betreut.